Die Toilette im Strandläufer. Schön dekoriert. Strandläufer Ahrenshoop auf dem Daas. Zwei Pisoas. Ein nettes Bild von mir. Aktuell sogar ein Waschbecken. Seifenspender. Tuchspender. Mit schöner Dekoration. Mit Duftstäbchen in der Ecke. Und noch eine normale Toilette. Ja, ein kleiner Raum. Eine einzelne Toilette, was für Damen und Herren genutzt werden kann.